Stardust Academy, Hüter der Sterne, von Francesca Peluso. Es liest Julian Horeisek. Für Noah. Man ist nie zu klein, um großartig zu sein. Prolog. Unter Sternen. Am Anfang war das Chaos. So erzählte es die Geschichte seit Anbeginn der Zeit. Das Chaos war ein uralter Gott, der die Geburt des Universums miterlebt hatte. Er verabscheute alles, was hell und gut war. Jedes Wesen aus Licht. Das Zuhause dieses alten Gottes war die nächtliche Dunkelheit. Die Nacht mochte unheimlich sein, doch es gab auch Lichtblicke. Denn ohne die Nacht wüssten wir nichts von der Sternenwelt, die die Dunkelheit erhellte. Neben den Sternen und dem Chaos existierten zwei weitere Gestirne am Himmelszelt. Zwei gegensätzliche Geschwister, die jedoch im Einklang miteinander waren. Die strahlende Sonnenkönigin und der schimmernde Mondprinz. Die Sterne zeigten sich in Bildern am Firmament. Sie erzählten Geschichten und Legenden, die die Geschwister unterhielten. Doch das allein reichte ihnen bald nicht mehr. Mit ihren magischen Kräften hauchten Sonne und Mond den Sternbildern Leben ein, befreiten sie von ihrem festen Platz am Himmelszelt. Leuchtend und voller Wärme waren die Sternbilder. Freundlich und den Menschen auf Erden wohlgesinnt. Doch diese fröhliche Zeit war nicht von Dauer. Das Chaos wurde neidisch auf die Macht von Sonne und Mond und ihre Verbundenheit zu den Sternen. Statt sie mit Licht zu erfüllen und ihnen Leben zu schenken, tauchte das Chaos die Sterne in Finsternis. Verschwunden waren Freundlichkeit und Wärme. Zurück blieben nur Dunkelheit und Kälte. Die Sternbilder des Chaos richteten auf Erden Gräueltaten an und weckten Zwietracht unter den Menschen. Ein Krieg drohte auszubrechen, dunkel und zerstörerisch. Das war der Moment, in dem die Planeten des Sonnensystems dem Geschwisterpaar Sonne und Mond zu Hilfe kamen. Sie wählten irdische Kinder aus, verliehen ihnen besondere Kräfte und die Macht, die Sternbilder zurück ans Firmament zu binden. Das war die Geburt der Asteria, der Hüter der Sterne. Gemeinsam mit Sonne und Mond besiegten sie das Chaos und versiegelten seine Kräfte. Es folgte eine Zeit des Friedens und des Lichts, die bis heute noch Bestand hat. Doch das Chaos schlief nur und bereitete sich darauf vor, zurückzukehren. Und schon bald würde es soweit sein. Unfreiwillige Ferien Finster starrte Aaron die Reisetasche an, die neben seiner Tür auf dem Boden lag. Die leere Reisetasche wohlgemerkt. Seine Mutter hatte ihn auf sein Zimmer geschickt, um zu packen. Das war zwei Stunden her. Seitdem hatte Aaron wütend vor sich hingestarrt, mit einem Zauberwürfel gespielt und in einem Buch gelesen. Alles. Hauptsache, er musste nicht die Packliste abarbeiten, die er vom Sommercamp zugelang. Das Seafont-Camp auf Canvey Island lag nur etwas mehr als eine Stunde von London entfernt. Seit seinem achten Geburtstag war Aaron jeden Sommer in das Camp gefahren. Doch in diesem Jahr war alles anders. Denn während er in dieses Camp abgeschoben werden sollte, fuhr seine Mutter mitsamt seinem Stiefvater Rick und seiner kleinen Schwester nach Irland. Und Aaron durfte nicht mitkommen. Es war unfair. Schrecklich unfair. Blöder Sommer. Blödes Camp, brummte Aaron vor sich hin. In diesem Moment hörte er das glockenhelle Lachen seiner kleinen Schwester, die im Gegensatz zu ihm durch die Wohnung toben durfte, ohne dass sie dafür Ärger bekam. Nicht, dass Aaron in seinem Alter noch tobte und schreiend durch die Wohnung rannte. Dafür war er mit seinen zwölf Jahren schon zu alt. Aber früher hatte er das gerne getan, nur hatte er jedes Mal dafür Ärger bekommen. Von seiner Mutter in manchen Fällen, aber häufiger von seinem Stiefvater. Blöde Evie, ergänzte er darauf hin und warf ein Kissen gegen die Zimmertür. Genau in dem Moment, als seine kleine Schwester Evie daran vorbeirannte. Prompt blieb sie stehen und öffnete die Tür. Ihre braunen Haare waren das erste, das Aaron sah, als sie den Kopf in sein Zimmer steckte. Auch wenn sie nur Halbgeschwister waren, hatten sie beide das mausbraune Haar ihrer Mutter geerbt. Lediglich in den Augen unterschieden sie sich. Aaron hatte die schokoladenbraunen Augen seines Vaters bekommen. Evie, die hellblauen von Rick, Irons Stiefvater. Du sollst doch anklopfen, maulte Aaron wütend und erhob sich vom Bett. Er konnte es nicht leiden, wenn Evie unerlaubt sein Zimmer betrat und mit seinen Sachen spielte. Mom sagte immer, er solle lernen zu teilen. Aber wenn er lernen sollte, seine Dinge zu teilen, dann konnte Evie wohl auch lernen vorher, um Erlaubnis zu fragen. Seit seine kleine Schwester auf der Welt war, war sein Leben einfach unfair. Es war fast wie bei diesem Prinzessinnenfilm, auf den die Mädchen in seiner Klasse so abfuhren. Cinderella. Auch die hatte mit gemeinen Stiefschwestern zu kämpfen. In Aarons Fall war er mit Evie jedoch verwandt, was es noch viel schlimmer machte. Ich wollte schauen, was du machst. Magst du mit mir spielen? fragte sie, und ihre großen blauen Augen sahen ihn erwartungsvoll an. Aaron schüttelte den Kopf. Ich muss packen. Er hatte nach wie vor keine Lust dazu, aber das war immer noch besser, als mit Evie spielen zu müssen. Alles hatte damit angefangen, dass sie ein Mädchen geworden war. Als Aaron vor fünf Jahren erfahren hatte, dass er ein Geschwisterchen bekommen sollte, hatte er sich einen Bruder gewünscht. Doch nein, es hatte ja eine Schwester werden müssen. Leider. Wenn sie sich doch wenigstens für Dinos, Rennautos oder Traktoren interessiert hätte. Aber Evie war ein typisches Mädchen geworden, das Pink und Glitzer liebte. Als sie dann auf der Welt war, hatte Aaron sein Zimmer räumen müssen. Ihre Wohnung war zweigeschossig, und Rick hatte es als praktischer empfunden, wenn Aaron auf den Dachboden, anders konnte man den zweiten Stock nicht bezeichnen, zog. Damit Mom, Evie, nachts stillen konnte, ohne Traktoren. Aaron hatte sein altes Zimmer geliebt. Es war groß, die Fenster zeigten zum Garten, und an einem Deckenbalken hatte eine Schaukel gehangen. Nun gehörte diese Schaukel Evie, wie so viel es nun Evie gehörte. »Du stehst ja noch da«, bemerkte Aaron und sah seine Schwester mit hochgezogenen Augenbrauen an. Er lief zu seinem Kleiderschrank und öffnete die Türen. Evie ignorierte er dabei völlig, bis sie neben ihm stand und unter seinem Arm hindurchschaute. »Du hast nicht gesagt, dass ich gehen soll. Brauchst du Hilfe?« »Nein, Evie. Und jetzt geh«, knurrte er. »Evies Augen füllten sich mit Tränen. Sie war sensibel. Ein harscher Ton, eine zu laut zugeschlagene Tür, und sie brach in Tränen aus. Aaron drehte sich zu ihr herum und legte beide Hände auf ihre Schultern. Wenn Evie seinetwegen weinte, würde er nicht nur Ärger von seinen Eltern bekommen, sondern auch ein schlechtes Gewissen. »Tut mir leid. War nicht so gemeint.« Er gehörte zu den Netten. Das wurde Aaron immer gesagt, von seinen Freunden, seinen Lehrern und auch von den Betreuern von Camp C-Font. Er wusste auch, dass er sich gegenüber seiner Schwester oft wie ein Blödmann aufführte, so unfair er sich auch behandelt fühlte. Sein Verhalten Evie gegenüber war ebenfalls unfair. Denn eigentlich war er gar nicht sauer auf sie. »Willst du dich nicht mit ihr vertragen? Sie kann auch nichts dafür, finde ich«, hatte sein bester Freund Louis zu ihm gesagt, als Aaron mal wieder sauer auf Evie gewesen war. Sie hatte damals eine Lego-Sammlung bekommen, weil sein Stiefvater der Meinung war, dass man mit zwölf Jahren kein Lego mehr bräuchte. Louis hatte wie immer recht gehabt. Evie konnte nichts dafür. Sie hatte nicht verlangt, dass Aaron ihr sein Lego schenkte oder dass er ihr sein Zimmer überließ. All das war den Vorschlägen von Rick geschuldet, seinem Stiefvater, der so gern wollte, dass Aaron ihn Dad nannte. »Nur aber meine Leiche«, hatte Aaron ihm auf diesen Vorschlag geantwortet und dafür prompt eine Woche Hausarrest bekommen. Für ihn würde es nur eine Person auf der Welt geben, die er Dad nannte. Doch dieser Mensch war leider nicht mehr da. Rick konnte niemals den Platz seines Vaters einnehmen, auch wenn er das noch so oft versuchte. Und dabei kläglich scheiterte, wie Aaron fand. Als Evie ihn am Ärmel zupfte, glitten Aarons Gedanken zurück in die Realität. »Mom sagt, dass es im Camp jeden Abend ein Lagerfeuer geben wird. Sie hat versprochen, dass wir in Irland auch eins machen werden. Und wenn ich alt genug bin, fahre ich mit dir mit.« Aaron nickte stockend. Noch etwas, das er zukünftig mit seiner Schwester würde teilen müssen. Wobei er vermutlich nicht mehr nach Canvey Island fahren würde, wenn Evie endlich alt genug wäre, mitfahren zu dürfen. Er atmete tief durch und zwang sich zu einem Lächeln. Dann sagt Mom, dass sie das Stockbrot nicht vergessen soll. Ein Lagerfeuer ohne Stockbrot geht gar nicht. Evies Augen begannen zu leuchten. »Oh ja! Und Marshmallows! Ich liebe Marshmallows!« Musik Untertitelung des ZDF, 2020